Das Video will be in Deutschland. Bayern München Pizza. Fünf Sterne Salami Pizza. Mal schauen wie die schmeckt. Hier ist sie. Riecht ganz gut. Mit so Kräutern am Rand. Ich bin ja kein Fußball Fan, aber die habe ich gesehen. Einfach mal mitgenommen. Los gehts. Typisch Tiefkühlpizza würde ich sagen. Es gibt so viele neue Pizzen mittlerweile. Das kommt mir gar nicht mehr nach. Der hat jetzt Pizza und die hier und da. Das ist so. 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 Bei Tiefkühlpizza finde ich immer. Je weniger Rand, desto besser. Bei normalen Pizzen nicht unbedingt. Aber ja. Der Rand ist sehr uninteressant. Bei Tiefkühlpizza. Bei Tiefkühlpizza. Bei Tiefkühlpizza. Bei Tiefkühlpizza. den rein tippe ich später noch mal an irgendwas zu erleiden, will ich ihn gar nicht essen unbedingt. Salami sehr salzig. Ein bisschen Liddy, doch der ist gar salami. Bis zur Hand ist der eigentlich ganz gut. Ich warte immer noch auf eine richtig schön scharfe Pizza. Ich kann das Päperkig machen. Einmal. Hier ist nochmal so ein extra knuspriger Stückrand. Sechs Punkte für mich. Das war es auch schon. Lasst mich wissen, ob ihr die probiert habt. Welche empfehlen könnt ihr von den Tiefkippitzen von den neueren? Achtung! Comment, like this, like, subscribe, of course my channel, ring bell, see ya!